Moin! Eigentlich stecken sie gerade mitten in der Ernte und so richtig fachlich ist auf dem Acker auch nichts mehr los, aber nach der Ernte ist vor der Aussaat und damit sie dafür richtig fit sind, wollen wir ihnen gerne unser Seminarprogramm für diesen Herbst und das kommende Frühjahr vorstellen. Nana, erzähl doch mal, welche Seminarthemen bieten wir denn an? Moin auch von mir, Wiebke, um deine Frage zu beantworten. Zum einen wird es ein RAP-Seminar geben. In diesem Seminar werden unter anderem Themen, die aktuell in der Praxis präsent sind, behandelt. Das ist zum einen die sichere Bestandesetablierung mit verschiedenen Aussaattechniken, die Schädlingsbekämpfung im Herbst und im Frühjahr und die optimale Stickstoffdüngung bei limitierten Stickstoffmengen. Und natürlich noch viele andere Themen. Und damit Sie richtig fit im Rapsanbau werden, haben wir das Seminar in drei Teile gegliedert. Ein Feldtermin im Herbst, ein Online-Seminarteil im Winter und ein Feldtermin im Frühjahr. Wiebke, was gibt es noch für Seminare im Angebot? In einem weiteren Seminar wollen wir uns der zunehmenden Ungrasproblematik widmen, die wir in diesem Frühjahr ja eindrücklich auf vielen Standorten wieder zu Gesicht bekommen haben. Trotz Behandlung bei widrigen Witterungsbedingungen sind Weidegräser, Trespen, Fuchsschwanz und auch Windhalm in vielen Beständen zu finden. Und wir wollen Ihnen in diesem Seminar, das wird zum einen als Online-Seminar angeboten, zum anderen aber auch als Präsenzseminar im kommenden Frühjahr, die Biologie der Gräser näher bringen und Ihnen Handlungsoptionen mit an die Hand geben, damit Sie kein Gras drüber wachsen lassen. Detaillierte Informationen zu den Seminaren über die Termine und die Möglichkeiten der Anmeldung finden Sie auf unserer neuen Website unter www.hanse-agro.de. Eine zeitnahe Anmeldung lohnt sich und sichert Ihren Teilnahmeplatz. Jetzt wünschen wir Ihnen noch weiterhin eine gute Ernte und bis zum nächsten Mal.